Perfekt, Baby! Stein! Die ist kuschelig. Magst du dich mal an mir ansaugen? Ähm... Ciao Leute, was geht denn heute? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der liebe Weißstudio aka Chris. Was geht? Mit dem haben wir ja schon mal ein paar Mal was aufgenommen. Der liebe Alpha Stein ist mit dabei. Genau, und saftiges Knoo ist mit dabei, mit der ich gerade auch was bei ihr aufgenommen habe. Und so ist das Ganze jetzt zustande gekommen. Chris hat mich einmal gefragt und da habe ich gesagt, machen wir das nochmal. Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Hide and Seek, ganze spannende Tilted Towers und... Stein, geht's so gut? Ja, Leute, wir spielen heute eine Runde Hide and Seek and Tilted. Und ich dachte mir, es wäre witzig, wenn man vielleicht deutsche Charaktere wie uns vier einfach mal aufeinander loslässt. Dann erklärt mal den Modus. Genau, richtig. Das ist nicht so schwer. Also verstärken wir uns dann wohl hinbekommen. Erst den Bossfahrer grüßen. Erst den Bossfahrer grüßen natürlich, ganz klar. So, Stein, kommst du auch her? Oh, was hat dein Auto? Perfekt, Baby! Stein! 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 Ich wollte eigentlich... Stein! Wir wollten... Alpha Stein, komm bitte zu... Alpha Stein, komm bitte zu... Alpha Stein, komm bitte zu... Wir wollen hier runter Hide and Seek spielen. Hallo! Komm von dem Berg runter, Stein. Lass uns hier runter Hide and Seek spielen. Du kannst... Du kannst später... Ach, Mann, was ist doch nicht... Ich bin nicht trächtig, ne? Nur mal so. Alpha Stein, bitte bleib stehen! Hallo, du Kühler ist da jetzt, guck! Vor allem, weil ich drin bin mit meinem tollen Skin. Nein! Bleib stehen! Komm zurück! Stein! Komm zurück jetzt! Das war ne Kampfansage! Nein! Stein, hör auf! Ich mach das nochmal! Alter! Stein! Aufhören jetzt! Schau jetzt! Schau jetzt! Schau jetzt! Schau jetzt! Möchtest du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du so bist, nachdem du hier unsere Gäste... Schau jetzt! 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 Du hast ihn komplett tiltet, wechselt am besten vorher vorher noch das Team, weil... Ja, du wechselst! Warum wechselst du nicht? Ach Gott, ist das so... Auf jeden Fall, schön, dass ihr alle hier seid, ich freue mich auf jeden Fall, dieser wunderbaren Runde halten Sieg und... Ich will! Wir freuen uns auch an geschieden zu Einnahmen. Wie du vielleicht merkst, ist Alpha Stein Gnu ein echt sehr sympathischer und netter Herr. Ja! Ich hab die Fahrt genossen. Ja! Ich würde halt nur nicht zu nah an ihn rangehen, wenn du dich schon versteckst, aber das ist dann deine Sache. Nee, das passt schon, alles gut. Sobald ich jetzt lande, werde ich euch suchen und dann werde ich euch finden und töten. und wer zuerst stirbt, muss mir im Such-Squad helfen, muss da natürlich auch das Team wechseln. Okay, warte, wie lange haben wir Zeit, uns decken? STEIN HÖR AUF! Du verstehst die Spielregel immer noch nicht, du Volltreude, du darfst keine Waffen benutzen! Okay! Das ist nicht... Mann... Und es geht los, Leute, würde ich sagen. Mhm. Stein, bleib stehen! Schau auf die Karte, man sieht einfach hier weg. Aua! Hä? Hä?! Man kann damit nicht sich auf den Boden ziehen mit diesem Ding?! Haha! Gut. Die ist kuschelig. Okay, alles klar. Magst du dich mal an mir ansaugen? Ähm... Häe... Hahaha! Okay, was... Gut... Genau so. Hier ist das beste Versteck, glaub ihr! Ich glaube, ich hab aber gerade schon jemanden gesehen... Und weiß sie? Wie geht's da drüben so? Joa... Da drüben. Interessant. Hab ich schon einmal gehört, also... Ich war, glaub ich, bei dir in der Nähe, ne? Ja... Stein! Ich weiß ganz genau, dass du in meinem Haus bist. Wo bist du? Oh, da war ein Schuss. Ja, ja, ja. Ich weiß auch, von wo der kommt. Los, Alti. Benutzt deine Sau-Kanone. Weg ich! Saug dich mal, dann weiß ich fest. Schnell. Soll nicht zu mir kommen. Nee, der kommt schon. Du darfst keine Waffe haben, du Idiot! Du darfst keine... Du darfst auch nicht bauen! Hallo! Hör auf! Geh weg! Hör auf! Komm zurück, du! Komm zurück, du! Du darfst weder bauen, noch Waffen benutzen! Verstehst du das Spiel nicht? Absolut gegen die Spielinke. Gut, Alpharstein ist damit raus an der Stelle. Das ging relativ einfach. Chris! Nein! Ich hab dich hier in dem Haus steppen gehört. Guck mal! Was denn? Ich hab' wo ich ging! Oh! Stein! Mach mal den einen Emote, wo er seine Muskeln so präsentiert. Oh, Zeit, was du hast! Ähm... Okay, Chris, wir spielen einfach weiter. Also, okay! Chris! Ich weiß, dass du, ich weiß, dass du in dem Haus in der Mitte bist. Guck mal, ich kann für dich Musik spielen, guck mal! Stein, vielleicht würdest du mir einfach helfen. Oh, sexy! Stein, es wäre echt nice, wenn du mir einfach helfen würdest beim Suchen. Ja, ist mich liebig! Du warst ganz am Anfang da. Tanzt nochmal? Ich hör' auf jeden Fall deine Pistole. Oh! Gut, das war ziemlich einfach, Kno. Du bist einfach über die Straße gerannt. Ja, ich sollte mich... Also... Ich sollte mich doch neu verstecken. Gut, okay. Weiß sie? Hey! Hey! Hier, nimm mal die Waffe ihm weg! Ich zau' einfach, wo ich lasse. Hallo! Geh! Nein! Lass mich leben, du... Mann! Alter Stein, du Volltrottel! Du hast mich abgeschossen! Ja, weil du zuerst noch nicht geschossen hast, du Vollidiot! Ich hab' mich weitergeschossen! Ja, weil ich dich umbringen will, weil du Spasti bist! Hallo! Du hast dich jetzt genug! Stein, hör' doch jetzt auf und such' einfach mit! Hast du gesehen, wie stark ich bin? Ich hab' nie beschrieben! Das hat mir wirklich sehr imponiert, muss ich sagen. Dafür mach' ich dir den Adler. Was ist der Adler? Ich glaub' du weißt jetzt wohl. Einfach reinfurzen und hör' zu mal. Ey! Komm mal raus! Ey! Okay, ja, okay! Warte! Okay! Okay! Ich komm! Nein! Okay! Warte! Ja, bitte! Warte! 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 Nein! 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 Okay! Ich glaub' ich hab' euch alle gefunden. Alphastein! Hey! Ich würde sagen, du bist dran mit zu suchen! Idiot! Ja! Ja! Weil ich dich zuerst gefunden hab! Ja! Ich würde sagen, bin ich jetzt hier... Ich heiß' ich Streamer! Weil ich Streamer bin! Okay! Gnu, wenn du aufhören würdest, einfach alles anzusaugen... Noch einmal! Komm, dreh' ich mal auf! Ähm... Gut! Und Schluss! Geht's jetzt besser? Gut! Ich würd' sagen, wir spielen einfach noch ne Runde! Ich versteck' mich jetzt und die anderen auch! Da muss Alphastein uns finden, okay? Hä? Ich dachte, das mit uns war das Besonderes, Alf! Hä? Ja, warte ab! Ich hab' dich gehst du! Ja? Wo bist du? Da, wo die Luftballons am prallsten sind! Äh, Gott! Äh! Was geschieht hier grade? Stein, ich glaub... Ich glaub, das war ne Anspielungsstein. Deine Fußschritte sind schon ganz richtig! Ja, siehst du? Ah! Hat er dich schon? Guck mal, ich hab was für dich! Guck mal, ich hab was für dich! Ich hab was für dich! Den Krieg! Oh nein, danke! Das ist gesund! Stein, eigentlich musst du sie umbringen, also... Sagst du das? Das mit uns ist was Besonderes! Stein, das Ziel ist eigentlich... Guck mal! Ich hab die große Waffe für dich! Stein, eigentlich musst du denjenigen umbringen, der... Ist sogar noch scharf? Stein! Verstehst du das Spiel, oder nicht? Alphastein, du musst sie töten! Verstehst du das nicht? Ja, lass mich! Alles klar! Wo ist Riebi, du ziehst die? Komm! Äh, Gnu, das ist nicht... Das ist nicht fair, Gnu! Du müsstest... Oha! Gnu! Du darfst jetzt nicht dem Alphastein helfen, ne? Wie? Achso, nö! Ja, ja, genau! Wo ist Riebi? Wir schauen uns nur diese wunderschönen Ballons an! In Richtung Südwesten! Hör auf! Stein, wie wärs, wenn du uns einfach suchst? Hast du noch... Wir haben schon so oft Heighton Sea gespielt, Alphastein, bitte! Alph! Ich hab doch eine! Willst du doch eine hier? Alph! Hör doch auf, ihr Sachen zu schenken! Ich find den Turm ganz toll! Ja, komm, da gibt's schöne Aussicht! Genau, da hat's eine ganz tolle Aussicht! Ach, wir bauen einfach den Turm ab! Hey! Bisschen Stress! Hallo, Motherfucker! Hallo, ich... Mann! Nein! Wie unfair war das denn? Ihr müsst... Halle, ihr müsst Weißlicht suchen! Nicht in irgendein Haus zu zweit gehen! Das erste Mal, dass er in den Fortnite... Was macht ihr hier, Alphastein? Er kann sogar kochen! Ist das gerade Fortnite Roleplay? Alphastein! Wir spielen heute den Sieg! Such! Alphastein, wie wärs denn, wenn du vielleicht einfach Weißlicht suchst? Ach, okay schon, alles gut! Ich würd sagen, heute gibt's Sucuk mit Eis! Alles geht auf! Schau mal, Sucuk mit Eis fertig! Ohhhh, steht! Warte, ich probier mal! Was passiert hier gerade? Und, war's gut? Ja, jetzt kann meine Dame! Okay, komm mit! Alphastein, es wär wirklich... Ich möcht nicht, denn es ist doch viel zu früh für so etwas! Hä? Findest du gerade mal seit 33 Minuten? Ja, Marie, wie glaubst du es wird? Ich mach gar... Nein, 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 nein! Ich geh! Ich geh! Ich geh schon, ich geh! Mann! Weiß nicht, die werden dich, glaub ich, niemals suchen! Nein! Ich komm will! Weiß nicht, komm einfach zu uns hier hin und dann... Alphastein, wir wollten Heiden Sieg spielen, ne? Ja, okay, ich muss arbeiten gehen! Ich bleib hier, okay? Ich weiß nicht, ich glaub, er sucht dich doch! Versteck dich am besten! Echt jetzt? Kommt er jetzt? Ja, ich glaub, er sucht dich doch! Es ist immer sehr unberechenbar bei Alphastein, aber scheinbar sucht er dich doch! Oh ja, da läuft er! Wenn du Hilfe brauchst, sag ruhig Bescheid, ne? Warte mich! Auf der anderen Seite von dir! Dein Haus ist... Dein Mann ist höchst gewaltbereit! Ich kann da nichts machen! Der ist echt gewaltbereit! Es tut mir leid! Hä, wo ist der wohl? Nein! 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 Okay, fertig mit Arbeit! Stein, du kannst jetzt... Jetzt kann er wieder zurück! Eigentlich wollte ich jetzt noch eine Runde spielen, wo Gnu uns sucht! Ja, aber ich... ich baue gerade einen Balkon! Sorry, aber... Okay! Was ist das für ein Video? Wir müssen jetzt heimisch werden! Nein! Weiß, sie kommt da lieber weg! Äh, also... Ey, Gnu, dein Mann kommt früher nach Hause! Das hast du mir gar nichts gesagt! Okay, okay! Kann ich jetzt... Hey! Kann ich jetzt... Darf ich auch eine Rolle spielen dann, Stein? Ich bin die Polizei, okay? Hey! Okay! Ich habe nichts getan! Stein, ich komme jetzt trotzdem einmal Hauskontrolle machen, ja? So, ich bin die Polizei, Achtung! Guten Tag! FaceTags! Guten Tag, hallo! FaceTags! Hallo! Ich habe mit dem nichts zu tun! Sie haben mich wegen... Ich habe nichts getan! Geh! Sie haben mich... Geh! Sorry! Herr Stein, es gab mehrfach Beschwerden über Ihr Verhalten in der Nachbarschaft, deshalb muss ich Sie als Polizist jetzt... Ich habe angerufen! Vorerst... Ja, der Nachbar... Nein! Nein! Der Nachbar unter Ihnen hat panische... Sie haben gerade diesen Mann vor... Sehen Sie, genau das meine ich! Ähm... Ähm... Alter, wie die haben mich belästigt! Ich bin nicht angefasst! Ich... Egal, jetzt habe ich Schuss, alle tot! Das meine ich! Deswegen habe ich angerufen! Sehr aggressiv! Sound muted! Es tut mir so leid! Ich habe keine Ahnung, was für ein Video das ist, Leute! Ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade passiert oder was hier ansatzweise geplant ist! Es war eine Runde halt ein Sieg geplant, aber jetzt irgendwie... Das artet gerade irgendwie ein bisschen aus! Es tut mir leid! Ich hoffe, das ist trotzdem irgendwie interessant! Ja! Frau Gnu? Ja? Wir haben von Ihnen Beschwerde wegen häuslicher Gewalt erhalten! Ich? Ich werde die ganze Zeit am Bett festgefesselt! Helft mir mal, lieber! Hey! Darf ich ganz kurz... Ich bin die Polizei! Ich muss ganz kurz intervenieren! Ich war gerade bei der Sache! Ähm, okay! Wir stören lieber nicht dann! Machen Sie erst mal fertig und kommen Sie dann hier raus, wenn Sie fertig sind, ja? Mein Kollege und ich kümmern sich dann um Sie! Fertig! So, setz Sie sich bitte auf das Sofa! Guten Tag! Es gab mehrfach Beschwerden über Sie... Hey! Hier wird nicht getanzt! Hier wird nicht getanzt! Ja, Dankeschön! Sehr gut! Es gab mehrfach Beschwerden über Sie, Herr Stein, dass Sie... Herr Stein! Gucken Sie uns an! Herr Stein! Herr Stein, ich muss Warnschuss zusammen abgeben! Herr Stein, bitte! Herr Stein, bitte! Es gab mehrfach Beschwerden über Sie und Ihre Frau hat Sie angezeigt wegen häufiger Gewalt! Es ist nicht so, wie es aussieht! Was sagen Sie dazu? Herr Stein, Sie können jetzt nicht so tun, als wäre nichts gewesen! Gucken Sie zu uns! Hallo! Herr Stein! Oh nein! Nehmen Sie eine Waffe runter! Waffen runter! ABOE RUNTER! Haben Sie noch irgendwas... Nehmen Sie die Waffe! Nehmen Sie die Waffe! Nehmen Sie die Waffe! Ich habe noch einen für mich! Keine Armlänge! Abstand! Können Sie jetzt gehen? Nein. Wenn wir jetzt noch eine weitere Beschwerde über Sie erhalten. Okay. Dann kommen wir wieder und müssen Sie festnehmen. Bleiben Sie bitte in der Wohnung. Ja. Ihren Müll haben Sie auch schon durch runter gebracht? Den könnten Sie vielleicht doch ganz kurz hier in den Müll runter bringen. Den Müll vielleicht. Hallo. Gehen Sie mit uns. Also der Herr, wenn ich ganz kurz intervenieren darf. Ja. Setz dich bitte noch mal aufs Sofa. Ja? Tun Sie die Hacke weg. Tun Sie die Hacke weg. Wir haben ein Haftbefehl ausstehen für Sie. Also da müssen wir einreißen. Hallo? 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 Wo bist du? Hallo? Stillbleiben! Wo schießen wir? Schießen! Hey! Stillbleiben! Stillbleiben! Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay, okay. Das Haus ist umstellt. Waffe niederlegen. Hören Sie auf zu trinken. Legen Sie das hin. Hallo? Hinlegen! Hinlegen! Ja! Alfie! Alfie setzt es auf. Hinlegen! Hinlegen! Neu! Auf! So, wir fliegen uns in die Stadt. Zeug dich weg. Komm! Oh, das ist mit Erd. Alfie, es ist ohne mich weg. Hey, flieg! Sie haben ihren Mann nicht unter Kontrolle. Gut. Wir werden sie jetzt als Geiser nehmen. Mich? Hey! Alfie, hilf! Sofort stehen bleiben. So. Alfie! Oh nein! Der ist bei euch drin! Oh Gott! Der ist der Wahnsinn, Digga! Rette mich, Alfie! Okay. Ich habe seine Frau in dem Gewahrsein. Jetzt müssen wir ihn nur noch zur Strecke bringen. Alfie hat mir einen Ausschnitt geschafft! Alfie! Ich bin nicht so akkessiv! Nein! Weil ich die Polizei bin, weil ich das darf. Die Nachbarn haben sich beschwert wegen dem... Ach, ist ja auch egal. Ich glaube, wir lassen die beiden mal ganz kurz hier in Ruhe. Sie bleiben jetzt hier in ihrem Haus. Sie haben jetzt erstmal Hausarrest, ja? In das Haus zurück. Sofort rein. Warum muss ich denn da rein? Ich dachte, ich muss beschwert werden. Ey! Angriff auf Polizisten! Ey! Nein! Oh! Okay, der Wahnsinn ist hier unten. Der Wahnsinn ist hier unten. Der Wahnsinn ist hier unten. Ich wiederhole. Wahnsinniger vor mir, direkt vor mir. Wo bist du? Sie sind bei Schatten schossen. Kollege, wo sind sie? Ja, ich komme. Alfie hinter dir. Ich habe ihn! Sehr gut. Erste Strecke gebracht worden. Okay, sehr gut. Sehr gut. Nimm sie die Waffen weg. Alles klar. Ich bin die Wimme! Nein! Ich dachte eigentlich, wir spielen halt einen Zieg, aber... Wo sind die Zieg? Ich habe noch auf mein Konzept und Geld. Nimm das! Hallo! Ich bin Tut! Kommst du noch mal? Tag! Ich bin im Himmel! Er kann nur einmal kommen. Saftiges Kronen. Oh, er... Ähm... Gut, äh... Ja, ich glaube, das war's von diesem Video. Packende Liebesgeschichte. Glaub ich. Ja, das war die Love-Story überhaupt. Eigentlich war eine Runde haltensieg geplant, aber... Ja. Es war einfach mehr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Festlich! Viel Glück in der Zukunft. Ich! Euch beiden. Tschüss. Schaut bei Gnu, Alf und Weißy vorbei. Weißy fehlt nicht mehr viel bis zu 100.000. Oh ja, voll machen! Äh... Tschüss! Auf Wiedersehen! Und lifecycle. Und beim nächsten Mal. preparing. Musik die